Herzlich willkommen zum Gadget des Tages. Ich freue mich, denn ich habe heute einen lieben Gast hier bei mir im Studio, der mit mir zusammen das Gadget des Tages präsentiert. Caroline Beil, hallo, willkommen. Hallo, danke. Ich freue mich hier zu sein. Mich freut es auch sehr. Und wir haben unser schönes Gadget des Tages hier. Das sind heute LED-Echtwachskerzen mit beweglicher Flamme im Dreierset. Hast du schon mal solche Echtwachskerzen in der Hand gehabt? Ja, und ich finde die auch wirklich super praktisch, weil du kannst ja, ich liebe Kerzen. Ja, ich auch. Also wenn es ein bisschen dunkel wird, dann mache ich sofort überall Kerzen an. Und dann finde ich immer so schade, die gehen relativ schnell, brennen die runter. Und dann hast du irgendwie so, ja, musst du wieder austauschen. Das kostet ja auch. Und diese hier sind wirklich super, weil die sehen auch von Weitem wirklich genauso aus, als ob hier so eine kleine Flamme. Ja, wir haben einen beweglichen Docht in diesen Kerzen eingebaut. Das heißt, die Flamme wackelt richtig, die bewegt sich. Und das Tolle an diesen Echtwachskerzen ist auch, wenn du sie anfasst, sie haben eine Haptik wie echte Kerzen durch diesen Echtwachsmantel. Wenn man dran riecht, sie riechen auch wie echte Kerzen. Ist ein Wachsmantel. Sie riechen wie echte Kerzen. Und du kannst auch richtig so, wenn du mit dem Fingernagel dran langschabst, da kannst du sehen, das Wachs geht richtig ab. Oh ja. Also es sind wirklich echte Wachskerzen. Das Gefühl ist wie bei einer echten Kerze, nur dass es halt absolut sicher ist. Das heißt, diese Kerzen kannst du natürlich überall dekorieren, wo du ja nie eine echte Kerze hinstellen würdest. Das stimmt. Bei Kleinkindern. Ja. Oder wenn du Hunde hast. Haustiere, genau. Das ist auch ein großes Thema. Oder halt auch zum Beispiel mal unter den Vorhang in eine Vitrine auf eine Fensterbank, wenn du oben einen Vorhang hast. Da würdest du ja nie eine echte Kerze irgendwie hinstellen. Und diese hier kannst du einfach überall platzieren. Und schau dir mal an, wie wunderschön die aussehen im Dunkeln. Die sehen wirklich schön aus. Die kommen echten Kerzen wirklich sehr nah. Die haben wir noch nicht gesehen. Ich kenne die, weißt du, die sind dann so fest, aber da siehst du auch relativ schnell, dass die nicht echt sind. Aber so haben die so was, ja wirklich täuschend Echtes. Aha. Und wir haben das Dreier-Set heute im Angebot hier als Gadget des Tages für 28,41 Euro. Drei Kerzen, also in diesen unterschiedlichen Höhen. Und das ist natürlich auch ein Wahnsinnspreis, finde ich, wenn du überlegst, was du normal für eine so eine große Kerze bezahlst. Und hier hast du die ja für immer quasi, da die nicht runterbrennen. Das ist absolut genial. Das Highlight an diesen Kerzen ist, du kannst sie anpusten und auspusten. Ach Quatsch. Ja, hier oben ist ein kleiner Sensor eingearbeitet in diese Kerzen. Und wenn ich jetzt puste, dann geht die Kerze aus. Das gibt's ja nicht. Ach komm. Ja. Warte. Ja. Und wenn du nochmal pustest, geht die Kerze wieder an. Und die muss ich haben. Die ist genial, oder? Nein, das ist ja irre. So was habe ich noch nie gesehen. An- und Auspust. Ja, es ist wirklich genial. Das ist ja cool. Also ich bin auch total begeistert von denen. Weil du hast die dann zu Hause. Und das Tolle ist auch, da wo Kerzen normalerweise verboten sind, das ist ja auch ein großes Thema, gerade jetzt zur Weihnachtszeit. Meine Oma zum Beispiel, die war in einem Seniorenstift. Und da ist offenes Feuer, Kerzen sind verboten. Ja, natürlich. Solche Kerzen darfst du aber mitbringen, die kannst du hinstellen, auch in Krankenhäusern zum Beispiel. Wenn du Verwandte oder Bekannte in Krankenhäusern hast, die möchten auch eine schöne Weihnachtsstimmung haben. Die möchten auch mal eine Kerze haben. Und das ist mit diesen tollen Kerzen hier möglich. Super. Ja, ne? Das ist ja wirklich, das ist was ganz Neues. Das ist absolut genial, oder? Super praktisch. Und das für so kleines Geld. Also das Dreier-Set für 28,41 Euro heute mit der Bestellnummer NC 91 69 und der 569. Ich bin auch ein totaler Fan von diesen LED-Echtwachskerzen geworden. Gerade mit diesem beweglichen Docht, dass sie halt diesen tollen Echtwachsmantel haben. Das begeistert mich absolut. Weil das ist einfach diese, es sieht aus wie eine echte Kerze, aber du hast halt diese Sicherheit. Und du weißt es wahrscheinlich auch gerade mit Kindern, da ist man immer so ein bisschen, ne? Klar, musst du immer gucken, die kannst du einfach hinstellen und das war's. Aber wie lange halten die? So lange, wie sie laufen. Also du kannst sie für ewig natürlich haben. 20.000 Stunden läuft diese Batterie dann wieder drin. Ist das eine Batterie da drin, ne? Du kannst sie hier unten an- und ausschalten auf der Rückseite. Da sieht man es auch. Also wenn du sie mal ganz ausschalten möchtest, kannst du das hier unten an diesen kleinen An- und Ausschalter machen. Da kommt eine ganz normale Batterie dann rein. Das ist natürlich praktisch. Ja, super, oder? Perfekt. Ich finde es auch. Also genial einfach nur. Und ich sag's nochmal, also auch ein toller TV-Sonne-An- und Ausspüssen begeistert, ne? Ich find's auch genial. Vor allem ein Dreier-Set für 28,41 Euro. Das ist ein super Preis. An anderer Stelle bezahlt man halt für solche Kerzen wirklich dann an die 50, 60 Euro. Du zahlst ja, wenn du jetzt so eine Kerze jetzt kaufst, die kann ja locker schon mal 30 Euro kosten. Oder wenn es eine Designer-Kerze ist, noch viel mehr. Und dann hast du die ein paar Stunden und dann ist es schon wieder vorbei. Ja, ein tolles Gadget des Tages hier bei uns. Greifen Sie gerne zu. Die Kollegen im Callcenter freuen sich über ihre Anrufe. Da unten.